Hi, ich bin Jan Löhr und ich arbeite bei WienIT als Innovation Engineer im DigiLab. Wie viele andere arbeite ich zurzeit im Homeoffice. Im DigiLab geht es darum, innovative Lösungen für die Herausforderungen der Wiener Stadtwerke zu finden. Ich bin dabei spezialisiert auf 3D Visualisierung in Augmented und Virtual Reality. Zum Beispiel digitalisiere ich unsere Büroräumlichkeiten, um sie neuen Mitarbeiterinnen leichter verständlich zu machen. Diese digitalen Zwillinge benutzen wir auch für die Indonavigation, das Facility Management und die Überwachung und Wartung von Maschinen. Die Freiheit, die mir bei der Lösungsfindung gegeben wird. Mit neuesten Technologien clevere Ansätze finden, um Kolleginnen ihre Arbeit zu erleichtern. Im DigiLab bringt jeder Tag eine neue spannende Herausforderung. Weltreise in Krisenzeiten? Kein Problem. Bis bald.